Herzlich Willkommen zu Let's Play Outlast. Hier spricht euer Devil Reo. Ich kann euch leider zu dem Spiel nicht viel sagen, da ich mich nicht wirklich schlau gemacht habe. Also stürzen wir uns einfach folgfröhlich in das Vergnügen. Outlast, ja schön, schön. Wenn es einen interessiert, kann er ja Pause machen und lesen. Na, auch. Ja, schön, fortfahren. Wir wollen ja nicht ewig rumlesen. Wir wollen noch was vom Spiel sehen. Und entschuldigt, falls es Hänger oder sonst was gibt, mein PC ist leider nicht der Beste. Vor allen Dingen nicht fürs Aufnehmen und Spielen. Ja, und worauf gibt's? Worauf fahren wir hin? Ich würde mich zur später Stunde da sicherlich rumtümmeln holen. Mount Massive Museum. Auch noch eine Irrenanstalt. Wie toll. Ich will wieder nach Hause. Können wir nicht einfach umdrehen? Nee, ich will nach Hause. Kamera... und... was ist das? 17. September 2013 von... ja, bla 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 an bla 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 betrefft Tipp, illegale Aktivitäten bei Mock of Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Mock of Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Bereche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen davor. Ich verstehe es nicht. Glaube nicht mal das... nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktor und Faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Mock of Schiffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ja, und wir sind wahrscheinlich der Dämpferde, der alles aufdecken darf, oder was? Schließ. Ein paar Batterien und eine Kamera. Ja, ok. Batterien in die Kamera rein. Jupp. Schön. Ah, jetzt schauen wir auch noch durch die Kamera. Prassel, ja, das haben wir mitbekommen. Den Namen habe ich jetzt nicht lesen können. Ist auch unwichtig. Oh, und der Idiot steckt natürlich aus dem Wagen. Ich will aber wieder rein. Oh, deine Ziele werden in deinem Notizen-Blog. Äh, aktuell, dort findest du deine Notizen und gesammelte Dokumente, äh... Äh... Seel, untersuche die Nerven-Heileinstalt-Mod-Masses. Nein, wir werden in deinem Notizen-Blog. Das muss er nicht. Wir... Alter! Ich will wieder nach Hause. Ich will nicht hierbleiben. Ich bin kerngesund. Aha. Ich will nach Hause. Darf ich da telefonieren? Äh, ist hier jemand? Ich hoffe mal nicht. Das muss ich da wirklich rein. Die Wölfe heulen auch schön, wuhu. Drück der linke Maustaste, der meine Tür stellt so auf. Und dann halt der Maustaste so gedrückt. Äh, zurück. Wie das quiencht. Aua. Ja, Campcorder bereit. Ein Gewitter. Wuhu. Ich weiß zwar nicht, wo wir hinmüssen, aber egal. Ich will nicht da rein. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Bitte antwortet dich. Ich will's gar nicht wissen. Zugeschlossen. Okay. Können wir rennen? Ja, wir können rennen. Haben wir aus Dauer? Ich hab keine Ahnung. War die Armee hier oder was? Ich bin für solche Spiele nicht geschafft. Okay, es ist zu. Wir gehen wieder. Tschüss. Können wir ja leider nicht. Halt's mal voll. Ich mag das Spiel. Ich mag dich. Ich mag dich. Ich mag dich. Ich mag mich. Äh, ja. Schön, dass der Geh durchgehen. Okay, Speichert. Es speichert. Da kommen wir auch nicht rein. Oh, ich bin nicht. Äh, weiter. Einsatzbereit ist kannst du mit Mauswahl. Okay, da ist das Fenster. Dann müssen wir also da rein. Ich will nicht wirklich rein. Ich wette, da drin sterben ich tausend Tode. Die Musik mag ich auch nicht. Alter, schreck mich nicht so. Ja. Dann mal rein. Und das Licht geht aus. Muss das sein. Nachts nicht. Will ich da wirklich durch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hallo? 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 F*** dich! Scheiß Fernseher! Hehehehehe Blut! Toll! Sehr toll! Ich hab keinen Bock! Ich will nach Hause! Ich will nach Hause! Alter, Schiff! Halt! Okay, ich geh hier rein. Schau mir, dass hier nichts ist! Häheheh! Hehehehe! Hehehehe! Geh das wieder zugehen? Er ist wieder ich hier. Ich bin schon wieder da? Dann noch jemand. Ist da noch was? Anscheinend nicht. Wo lang? Müssen wir hier lang? Ah! Fick dich! Alter! Dort, dort, noch mehr! Ah! Die Variants! Du kannst sie nicht fangen! Du musst sterben! Du kannst die Abläufe aus der Sicherheit und Kontrolle! Ich muss mich verstecken! Ich muss mich verstecken! Ich muss mich verstecken! Ich muss mich verstecken! Mein Herz. Was willst du von mir? Ich hab keine Ahnung wer ich bin. Ich will nur nach Hause. Sieh, merciful God, you have sent me an Apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ich hab meine Ahnung. Oh my. Erst rein und jetzt fliehen. Oh, so viele Tote. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Wie lange muss ich jetzt da? Oh, ich hab keinen Schimmer. Ich glaube nicht, ich glaube nicht mal, dass ich dahinter will. Tote, Tote, WC. Batterien, höhö. Hab ich gerade irgendwo ne Tür gehört? Nein, nein. Sag mir nicht. Lalalala. Na, sorry. Ich kann nicht rein. Will ich da rein? Gesammelte Dokumente Von Helen Grant Sehr geehrte Damen und Herren Aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Merk of Corp erforderlich Das Profilpotential von Projekt Valwit verbleibt und verändert hoch Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden Projekt Valwider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetischen Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Affixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen Um weitere Kontrolle und Profit zu gewährleisten Hochachtungsvoll Helen Grant, Merk of Schadensabteilung Schließen Mehr ist hier nicht Ja So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause hier und sehen uns in der nächsten Folge Tschüss Tschüss Tschüss